China meldet einen radikalen Rückgang um 5 Millionen Handy-Konten im letzten Jahr. Dies lässt Zweifel an der tatsächlichen Zahl der Virus-Toten im Land aufkommen. China verzeichnete im Jahr 2020 einen Rückgang von 5 Millionen Mobilfunk-Kunden-Konten. Das geht aus den Daten der drei größten Mobilfunk-Betreiber des Landes hervor, die drei dominieren den chinesischen Markt. Der Rückgang ist recht ungewöhnlich. Ungewöhnlich, da die Zahl der Telefon-Konten im Jahr 2019 um über 60 Millionen und im Jahr 2018 um 120 Millionen gestiegen ist. Chinesische Behörden sagten Anfang letzten Jahres, dass der Rückgang der Telefon-Konten durch eine sich verlangsamende Wirtschaft verursacht werden könnte. Aber das Regime meldete für 2020 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Behörden sagten auch, dass einige Chinesen mehrere Telefon-Konten haben, einige haben möglicherweise ihre zweiten Konten während der Pandemie gekündigt. Aber die Nachfrage nach Telefonen ist seit Anfang letzten Jahres sogar gestiegen. Das liegt an den Virus-Überwachungsmaßnahmen des Regimes. Diese Politik hat Mobiltelefone für fast jeden einzelnen Menschen in China notwendig gemacht. Um zur Arbeit zu gehen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder sogar Lebensmittel einzukaufen, müssen die Menschen in China einen sogenannten Gesundheitscode auf ihrem Handy vorzeigen. Er zeigt ihre Testergebnisse und ihren Reiseverlauf an. Diese Politik hat viele ältere Menschen und Kinder dazu gezwungen, Telefone zu erhalten. Warum ist also die Anzahl der Telefone trotz der steigenden Nachfrage so stark zurückgegangen? Der starke Rückgang könnte darauf hindeuten, dass es mehr Todesfälle durch das KPC-Virus gibt, als es Peking zu gibt. Viele haben die offizielle Zahl, die von der KPC berichtet wird, lange infrage gestellt. Bei einer Bevölkerung von über 1,4 Milliarden meldete das Land weniger als 5000 Todesfälle, 4818 um genau zu sein. Das ist eine auffallend niedrige Rate im Vergleich zu anderen Ländern. Italien zum Beispiel hat einen ähnlichen Anteil an älteren Menschen und ein fortschrittlicheres Gesundheitssystem. Aber die Sterblichkeitsrate des Landes pro 100.000 Menschen ist über 400 Mal höher als in China. Mit Stand 2. Februar 2021 verzeichnet Deutschland nach offiziellen Angaben über 58.000 Virustote bei einer Einwohnerzahl von 83 Millionen. Und hier eine Buchempfehlung. Krankheiten wie Covid-19, Katastrophen und seltsame Naturereignisse machen den Menschen aufmerksam. Etwas läuft schief. Es läuft tatsächlich etwas sehr schief. Die Gesellschaft folgt, verblendet vom Gespenst des Kommunismus, einem gefährlichen Weg. Es ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Göttlichen und dem Teuflischen, die in jedem Menschen wohnen. Dieses Buch schafft Klarheit über die verworrenen Geheimnisse der Gezeiten der Geschichte, die Masken und Formen, die das Böse anwendet, um unsere Welt zu manipulieren. Und es zeigt einen Ausweg. Chinas Griff nach der Weltherrschaft wird im 18. Kapitel des Buches »Wie der Teufel die Welt beherrscht« analysiert. Jetzt bestellen! Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Onlineshop. »Wie der Teufel die Welt beherrscht« untersucht auf insgesamt 1.008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Die Autoren analysieren, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat. Gewundenes Buch. Alle drei Bände für 50,50 Euro. Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Hörbuch und E-Book um 43 Euro. Weitere Bestellmöglichkeiten bei Amazon.de oder shop.epochtimes.de sowie E-Mail unter bücher-at-epoch-times.de. Das Hörbuch gibt es zudem auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Download, wie iTunes, Google Play, Spotify sowie Audible etc. Etc.